Geranien Einpflanzen in einen Balkonkasten Zu den beliebtesten Balkonpflanzen gehören traditionell die Geranien, die es in stehenden und hängenden Sorten gibt. Sie blühen üppig vom Frühsommer bis in den Oktober oder je nach Sorte sogar bis zum ersten Frost. Angeboten werden die Dauerblüher in zahlreichen Schattierungen in den Farbtönen Weiß, Rosa und Rot. Zum Eintopfen verwenden Sie bitte nährstoffreiche Balkonblumenerde oder gute Pflanzenerde mit einem Depodünger. Wichtig ist nicht nur der Nährstoffgehalt der Erde, Angaben dazu finden Sie auf der Verpackung, sondern auch die Struktur des Substrates. Die Erde sollte gut wasserdurchlässig sein, damit die Wurzeln nicht in einer Dauernässe verfaulen. Ab Mitte, Ende Mai, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind, können Sie die Pflanzen ins Freie bringen. Beim Einpflanzen sollten Sie Verwälktes gleich entfernen. Bei der Pflanztiefe orientieren Sie sich bitte daran, wie die Pflanze bisher eingetopft gewesen ist. Ab Juni sollten Sie die Balkonblumen regelmäßig düngen, zum Beispiel mit einem Flüssigdinger. Bitte lassen Sie sich im Fachhandel beraten, beziehungsweise beachten Sie bitte die Dosierempfehlungen auf der Verpackung Ihres Düngers. Damit Geranien so prächtig blühen können, benötigen Sie einen sonnigen, aber wind- und regengeschützten Platz. Sie vertragen auch einen halbschattigen Standort, blühen dann aber wahrscheinlich weniger prächtig. Geranien benötigen je nach Sorte und Standort mäßig bis sehr viel Wasser, damit sie üppig blühen. Auch wenn Ihr Balkonkasten einen Wasserspeicher hat, kann es erforderlich sein, an heißen Tagen nachzugießen. Je nach Sorte, Blattart und Bepflanzungsdichte kann es sogar bei Regenwetter erforderlich sein, die Geranien zu gießen. Ein sehr dichtes Blätterdach kann verhindern, dass ausreichend Regenwasser die Erde in dem Topf erreicht. Am besten bekommt es der Geranie, wenn Ihre Erde immer leicht feucht ist. Bei herkömmlichen Pflanzgefäßen achten Sie bitte darauf, dass im Topfboden mindestens ein Wasserabzugsloch vorhanden ist. Gegen ein Verstopfen des Loches hilft zum Beispiel eine Tonscherbe. Wenn Sie Verblütes regelmäßig entfernen, werden Sie sehr lange Freude an Ihrer Geranienblüte haben. Gegen ein Verstopfen des Loches